Liebe Zuschauer von KTV, am Donnerstag, den 16. Juni, feiert die katholische Kirche das Hochfest des Leibes und Blutes Christi, Fronleichnam Corpus Domini. An diesem österlichen Fest, das dem grünen Donnerstag und der Erinnerung an das letzte Abendmahl zugeordnet ist, übertragen wir für Sie auf KTV folgende Messen live. Um 7.55 Uhr die Heilige Messe in der außerordentlichen Form aus Wiegratzbad. Um 10 Uhr können Sie mit uns die Heilige Messe aus Wemding feiern. Um 14 Uhr übertragen wir live die Festandacht mit eucharistischem Segen aus Wemding. Die Abendmesse am Fronleichnamsfest kommt um 18.30 Uhr für Sie auf KTV aus Davos. Schalten Sie ein an diesem Hochfest der katholischen Kirche. Wir freuen uns auf Sie!